In der Tat, richtig gut aus mit der Leistung heute Abend. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Czernan Schakiri! Was für ein Tor! Jetzt liegen sie deutlich zurück, aber kann man dem Torwart alleine die Schuld geben, Gushin? Das wäre zu einfach, Wolfson, spielen als Mannschaft und verlieren als Mannschaft.